Ich habe auf jeden Fall damals grundsätzlich angefangen, regelmäßig Bier zu trinken, weil ich es gewohnt war, dass ein Feierabendbier okay ist. Also wertfrei. Es war für mich einfach okay. Und dann dachte ich, da stelle ich mir nichts Schlimmes runter vor, dann mache ich das mal. Und ich habe mir damals eine Bierflaschensammlung überlegt. Und dafür bin ich in so einen benachbarten Ort gefahren und da gab es einen großen Getränkehandel. Und der hatte halt eine riesige Auswahl von normalen Münchner Bieren und viele Weizen und sowas aus Belgien und China und Japan und keine Ahnung was. Und ich habe mich dann so nach und nach immer da durchgekauft und durchbestellt, sodass ich im Prinzip jeden Abend drei oder vier verschiedene Biere probiert habe.